Junge Leute brauchen auf dem Weg in die Wirtschaft vor allem drei Dinge. Expertenrat, kritisches Feedback und Geld. All das und noch viel mehr bietet die Gebertrüf Stiftung. Sie unterstützt die Fachhochschulen und die jungen Leute an den Fachhochschulen auf diesem Weg in die Wirtschaft. Ganz herzliche Gratulation zum Jubiläum. Untertitelung des ZDF für funk, 2017